Paunowitsch, dem Libero, Dragan Holzer mit der 6 und Cajic Cajic, der sich wohl Missverständnis zwischen Oberrat und Kurz Cajic und Nezar Cajic Bukar, Cajic Molzen Molzen 46 Länderspieler hat der Jugoslawie bereits Piric Fast alle deutschen Spieler jetzt am oder vor dem eigenen Strafraum Cajic Cajic Piric Piric Falk Cajic Cajic Piric Piric Cajic Piric Piric Cajic Piric Cajic Cajic Piric 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 Cajic 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 Czajc, Czajc, Reich, dritte Ecke für Jugoslawien. Stefanovic, Czajc, die viel direkter spielen müsste, zu umständlich operieren. Czajc. Und wie schwer es die deutsche Mannschaft hier in Zagreb hat, das sehen Sie selbst, meine Damen und Herren. Fokus. So viel Bewegungsfreiheit hat und sie auch ausnahm. Czajc, Piric, Czajc. Piric, Antonevich, Czajc, Stepanovich, Czajc. Stepanovich, Czajc und Perki Vogt ist an ihm. Gefährlich, gefährlich. Das halbe Dutzend jugoslawischer Ecken ist voll gegen eine der Deutschen. Aber was will das besagen? Piric, Czajc, Vogt. Piric. Piric, der Ankobler, Mittelfeld. Tor und nochmals ein Setzer. Kein Tor. Was anderer Meinung. Und er gibt einen Freistoß, weil Oberrat eben gemeckert hat. Weeber vor Bukhal. Czajc. Aus Deutschland von unserer Sendezentrale durch die lange Pause verschieben sich natürlich die nachfolgenden Sendungen etwas. Und wir bitten Sie, verehrte Zuschauer, um Nachsicht. Chance Bukhal. Chance Bukhal. Eins. Czajc. Bukhal. Czajc. Bukhal. BLEVNIAK 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 2 BLEVNIAK U drugome polu vremenu naši reprezentativci giraju nekako brže, odlučnije i naravno to je sporišnije i bolje. I Bugal je nešto zapaženiji, u drugome polu vremenu je vrlo... BLEVNIAK 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 Cajic gegen Furtz. BLEVNIAK Zwei klase Spieler. verdient gewonnen die 1 0 führung finden sie gerecht ja war erst 20 minuten erst sehr viel besser hat in dieser sturm platz dass sie zusammenpassen gefährlich deutsch missverständnis zwischen berti vogts und sepp meyer kurz vor spielende links außen scheitsch nützte die chance drei minuten vor schluss 2 zu 0 für jugoslawien